Kann ich Stopp sagen? Ja, kannst du Stopp sagen? Willkommen zurück zu einem neuen Part! Mario Kart 8 Deluxe mit meiner Freundin und ich hab eigentlich noch gar nichts gemacht Du hast schon Stopp gesagt bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe! Du hast gesagt ich kann Stopp sagen! Es brach aus mir aus! Es brach! Schreibst du mit P oder mit B? Mit B! Wieso mit P ist doch falsch! Ja dann sag es doch nicht mit P! Es brach! Ich hab gesagt brach aus mir aus! Manchmal hast du auch! Tic-Tac-Trauma habe ich manchmal! Mehr als Tic-Tac-Trauma! Zusammen mit dir! Spiele ich nun eine runde Mario Kart! Weil ich das mit dir zusammen spielen mag! Ey rück mich nicht aus der Map! Spinst wohl Yoshi Maus! Ging es ums Rathaus und ließ einen Pups raus! Der blöde ey! Hier! Weißt du was? So! Aber ich glaube die sind jetzt schlechter die Räder als die Hyrule Räder also die Triforce Räder oder? Ja ich krieg dich nicht mehr ein! Siehste jetzt dass ich dir mal eine Chance weil ich schlechtere Räder habe als vorher! Aber oh! Oh ich dachte das ist anders hier! Die sind ein bisschen anders mit dem Driften! Aber ich glaube die kommen wir gut um die Map rum! Äh um die Kurve meine ich! So! Na ich krieg dich nicht ein! Also die Beschleunigung ist nicht so gut! Das Tempo ist wahrscheinlich gut! Die Beschleunigung ist nicht so gut! So und da Mario Kart ein bisschen kurvenlastig ist! Scheiße! Ist wahrscheinlich eine gute Beschleunigung besser als hohes Tempo! Also denke ich mal! So hier jetzt kriegst du aber eine rote da! Oh die zweite dann muss ich mir leider aufsparen damit ich nicht auch eine rote abkrieg! So! Ach mei! Ist das schwierig hier! Wow! Ach! Ich bin Grunde gefallen! Weißt du? Das ist der Erste! Das hast du ja auch eine volle Konzentration! Der Profi konzentriert sich! Der Profi hat mir gefallen! Ah! Ich war runter! Siehste Profi! Ich bin jetzt Fünfter! Du machst das Ding hier! Ne weißt du was eigentlich lustig ist in Wirklichkeit haben wir die Controller getauscht! Nein Quatsch! Nein! Was mache ich denn? Was machst du denn? Ähm nicht gegen das Pendel fahren! So! Du hast schon dritte Runde und du bist so weit vorne! Schatzi! Was ist denn da los bei dir? Sei mir mal gegönnt! Ja! Wir gönnen dir das ja auch! Findet der gut wenn du mal gegönnst! Na warum ist da eine Kante? Ja da war eine Kante die hat mich voll aufgehalten! Guck mal! Ja super! Ja! Ja! Guck mal! Ich muss nur... Mann, die Strecke nehme ich nicht! Die eben davor macht, mochtest du auch nicht! Wie ist sie? So! Boah! Boah! Was macht nur hier Luigi da? Luigi mach keine Scheiße! Sonst geh auf! Ich meine dir keine Pizza mehr! Und Luigi's Pizza ist die Beste! So! Auf die Richtung! Boah! Ich hab nen Gumma weggeschossen! Das sieht so aus! Warum falle ich jetzt hierbei runter? Weil du du bist! Was? Achso! Nein, nein, nein! Arschgeiger! Ich war das nicht! Das ist wenigstens drin gefangen an das Ding! Nö! Scheiße! Hast du die geworfen oder was? Nee! Was warum klauten sich Mario drei Items? Arschloch! Er ist ein Arschloch! Er ist ein Arschloch! Deswegen ist Mario so gut, weißt du? Der ist ein richtig unfairer Typ, ey! Der ist so ein richtiger Mafiaboss, der Mario, ja? Ist ja auch dober Italien nicht erklemmt, nein! Juhu! So Mario, hier! Ja! Die Piranha-Pflanze hat mein Item gefressen! Oh! Wo frisst die meine Items? Die spinnt ja wohl, die Drecksau! Boah! Ich hasse diese Strecke, Mann! Bist du als 7. Was ist denn los? Haha! Fohl! Ey, komm grad, wo du es der Erste? Du darfst dich niemals auf deinen Lorbeeren ausruhen! Mal gerne! Nee! Naja, doch! Anscheinend ja schon! Alter, klatsch gleich! Aber kein Beifall! Definitiv nicht! Der Zugabe-Klatsch ist nice! Hahaha! Ja, gut! Der ist doch voll! Ne, nehmen wir die drücken! Ja, dann wiss ich nie von, was du voll bist! Von Arbeit oder so! Ja, das war heute sehr schön! Not! Also eigentlich nicht! Huch! So! Uah! Die Piranha-Pflanze will mich fressen! Mhhh! So, fahren wir mal ohne Item! Das ist nämlich richtig gut, die Taktik! Weil, wenn man ohne Item fährt, wird man auch nicht angegriffen! Gingen ja nämlich auch keine Items, wenn man selber keine Items hat! Äh... Hashtag Wunschdenken! So! Da kommt ein blauer, oder? Ne, ein Stern! Uah! Das war knapp mit der Piranha-Pflanze! Ich hätte jetzt gerne mal einen Pilz! Also ich krieg keinen Pilz! Ich krieg nur eine Banane! Und da ist eine Gumma-Statue! Die machen wir mal kaputt hier! So! Und... Tadam! Das erste! Aber komm, du wusstest! Hier! Ja! Andere Richtung! Ach! Du... 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 Soll ich dich durchlassen? Ja, bitte! Oder hältst du noch zwei Runden aus? Ne! Schaff ich nicht! Okay, dann... Dann... Dann kurze Pipi-Pause! So! Pipi-Pause vorbei! Wie macht mir so viel Platz? Ey, ich hab die ganze Zeit meinen Ellbogen da drauf! Ne! Du... Du... Fussi-Batterie stand da! Das ist ja ein Fussi-Batterie! Oder Fussi! Fussi? Fussi! Fussi! So! Fragwürdige Sachen! Guck mal, eigentlich bin ich... Hab ich ein Waluigi-Bike, ne? Weil... Das L ist umgedreht! Wuuuuh! Zung! Wuuuuh! 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 Ist ein umgedrehtes Fragezeichen nicht eigentlich was Schlechtes? Höh! Desi, du Desi! Ich weiß es nicht, aber ich kann mich auch gerade nicht so auf deine Fragen konzentrieren, so ein bisschen. Nicht? Ne! Es sei denn, fragst mich mal was Interessantes! Wie zum Beispiel morgen das Wetter wird? Das weiß ich nicht! Nicht? Shit! Äh! Entschuldigung, liebe Gemeinde! Ich würde gerne, liebe Genossen und Genossinnen! Entschuldigung, dass wir heute wieder eingeschaltet haben bei einer neuen Runde Mario Kart! Wir haben aber nun leider unser 30. Jubiläum bald hinter uns! Und dann müssen wir auch schon wieder ausschalten! Hallo erstmal, ich bin der Rüdiger, ich weiß nicht, ob sie schon wussten! Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt nochmal hinkriege! Den Nossen und den Nossen! Ne, komm zurück! Auf mich geschenkt! Alter, ist ja fertig, ey! Ach, Quatsch! So, Demi, du kriegst was aufs Maul, so! Denn du bist ein bisschen faul! Freimt der schon wieder, ist ja furchtbar! Tja! So ist das nun schmal! Buch! Oh! Andere Richtung! Ein bisschen daneben! So! Werdet mal mein! So! Uh! Du die Ebenen fallen ab! Ja, jetzt ist das Gluck immer! Es geht bald hinab! Und ich reine schon wieder! Und singst die selben Lieder! Von früher! Und da kommt ein blauer! Und jetzt krieg ich alles auf einmal! Blitz! Roter! Blauer! What next! Ja, und jetzt habe ich das Item, womit ich den blauen abwehren kann! Wie arschig ist denn das Spiel jetzt zu mir! Ne? Das ist dann so eine Sache, die mich dann tierisch annervt, weißt du? Ja! Ich hab nix, womit ich den... Ich bin 10 da und krieg nur Pilze! Also wenn ich den abwehren kann und wenn ich das Item hab, kann ich ihn nicht mehr abwehren, weil vorbei! So! Diesmal ohne fliegi fliegi! Diesmal ohne fliegen! So! Und driften! Und zack! Und driften! Und los geht! Und da ist ein Pilz, den hab ich nicht gekriegt! Oh! Das war nicht so gut! Wie machen wir das so? Oh! Jetzt fliegen wir in Arunda, Wiener! Wiener Würstchen! Wuhu! Wuhu! Erster! Wippe Gnoshna, Gnoshna! Ich bin ich Erster geworden! Genau, alter Fotzenkopp, ey! Ey! Das ist ein jugendfreies Format hier! Musste jetzt mal sein! Guck mal, ich wäre eigentlich Sechser gewesen, wenn dieser F-Kopf, ja? Der Iggy! Und so? Der Palmkopf! Ach da, ey! Nasenkopf! Na klar, F-Kopf! Du musst Nasenkopf sagen, wenn du so nur Wörter sagen möchtest! Sag Nasenkopf! So! Das ist ein Nasenkopf! Nee, grad nee! Ich kann nicht ernst bleiben oder so! Außer noch ne Strecke! Oh ne! Zeigst du ja Haut? Mhm! Kann man rinknabbern? Ein bisschen Schulter zeig ich! Ah! Dann siehst du hier N64! Siehst du was Brownie sagt? Er kennt hier keine Strecke! Er kennt hier bestimmt welche! Du kannst auf jeden Fall, habe ich gesagt zu Brownie, ne? Er kennt keine Strecke und ist überall Erster oder Zweter, wa? Ja! Brownie, ne, der spielt genauso schlecht wie du! Ja, ne, der spielt ja besser als Ecker! Ja, aber nur wenn er die richtigen items hat! So! Was ich sagen wollte ist, er behauptet, er kennt kaum eine Strecke, oder gar keine Strecke hier, aber er kennt definitiv die N64 Strecken und er kennt definitiv die V-Strecken! Ja! Da kann er mir nichts sagen, die kennen da nicht! Aber ich kann mich noch daran erinnern, auf der V haben Brownie und ich total oft gegeneinander Sachen gespielt! Wie Mario Kart V! Ja, Sachen gespielt! Mario Kart V! Oder Mario Strikers Charged Football! Boah! Lachen spielen ist gut! Ja! Ist nur die Frage, was für Sachen? Na, wie haben wir gegeneinander gespielt? Ich glaube wir haben auch einmal... Ich miteinander? Ne, meistens gegeneinander, weil miteinander geht online meistens nicht! Weil man, also bei den meisten Spielen geht immer nur gegeneinander! Ich bin ja so ein Typ, ich mag lieber eigentlich miteinander spielen, wenn man... Brownie wollte immer nur gegeneinander spielen! Ja, merkst du was? Ja, bei Mario Kart konnte man da noch nicht miteinander spielen! Das ging dann noch nicht! Es geht ja erst mit Mario Kart 8, dass man halt Teams bilden kann! Ich glaube da gingen nur Battle-Modus-Teams, aber nicht auf Strecken! Ich bin mir nicht so sicher! Ich glaube nicht! Obwohl ich jetzt hier Scheiße erzähle, sage ich immer... Ich weiß es nicht mehr so genau! Das ist immer eine gute Aus... Warum kommt da der Blaue und warum kann ich ihn nicht abschütteln?! Was soll das?! Das ist wieso Scheiße! Ihr seid fies, wirklich mal! Nochmal! Ja, komm 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 komm! Gib ihm! Gib ihm! Oh, warum kommt der noch? Hey! Voll mies, ey! Ich hab dir voll den zweiten gegönnt! Wir können eh nie wohnen! Mhm! Aber guck mal, du hast dich auf dem vierten gehalten! Ist doch was! Hm! Gesamtwertung vierter ist nicht schlecht! Oder findest du, dass es schlecht ist? Hm! Ja! Ich weiß jetzt noch nicht! Sag dir Bescheid, wenn ich drüber nachgedacht hab! Gut! Notiert! Ne, gut! Schon fertig? Schon fertig, ja! Das ist ja noch mal eh! Na, weil du erst ja ja wohl, bist deswegen! Ist ja zu schnell vorbei gegangen! Sagst du jetzt tschüss! Beim letzten Part haben wir's ja veressen! Na, sag schon was! Gut! Ich muss nur A drücken! Na, drück nur A! Siehste? Tschüss! Tschau Leute! Im ersten Mike Erster und erneut da! Bis zum nächsten Part, Leute! Tschau!